Hallihallo, Hallöchen, liebe RambaZambaTV-Freunde. Hallo, ich bin der Meckerhase. Ich habe immer was rumzumeckern. Es ist alles zu teuer. Woanders gibt es alles billiger. Bist du so ein kleiner, blöder Meckerhase? Ruhe jetzt, Meckerhase. So, Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde. Schön, dass ihr dabei seid beim Videodeal. Herzlich willkommen. Es gibt ja immer so ein paar Schlaumeier. Vollhonks, Meckerfutzis, Hater. Ja, ganz ehrlich, ja, was soll ich sagen? Schön, dass es euch gibt. Hass, Neid und all das sind ja so die größten Gefühle, die es gibt. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und liebe Freunde, es gibt so viele Dummschwätzer, die zu Hause wahrscheinlich nichts zu melden haben, die auf der Arbeit nichts zu melden haben, die in ihrem Leben noch nie irgendwas auf die Reihe gebracht haben. Das bist nicht du, du, du und du auch nicht. Nämlich 99,9% unserer Kunden, Menschen, die zu uns kommen. Für mich ist ja egal, ob einer was für 1 Cent oder 1.000 Euro kauft. Gute Menschen, nette Menschen kommen zu uns. Tausende jeden Tag. Also ich verstehe das nicht, wenn es dann so ein paar Affen gibt. Aber trotzdem wäre ich nicht Alex, wenn ich mich nicht darum kümmern würde. Ich lasse mir wieder den Mund verbieten. Noch ist mir Shitstorm, ist mir alles egal. Aber nicht, weil ich arrogant bin, sondern weil ich mir von niemand und von solchen Honks, die in ihrem Leben noch nie was auf die Reihe gebracht haben, irgendetwas erzählen lasse. Und vor allem nicht von heiße Lufttröttern. Was für ein Internet-Rambos. Kennst du die Müllerchen? Die nicht mehr ihren eigenen Namen nehmen. Die im Pseudonien nehmen. Und wenn du dann aufs Profil guckst, geht euch gar nichts an. Da sehe ich doch was für arme Würstchen. Das sind so klein. So kleine Penisse haben sie wahrscheinlich. Ups, das hat sie gesagt. Egal. Also jedenfalls, ich würde euch ja mal kostenlos Schokolade schicken, den ganzen Hatern. Oder irgendwas umsonst schicken, wenn mal eure Adresse irgendwie drin war. Aber selbst da versteckt ihr euch, ihr Flachpfeifen. Ich verstecke mich nicht, lasst mir nicht den Mund verbieten. Also, als kleine Antwort auf diese ganzen Hater. 99,9% sind liebe Menschen. Auf die paar Hater, auf die paar Vollidioten. Ich mache nochmal extra ein. Und zwar, wir haben ja gesagt, ihr kriegt diese 2,5 Kilo Schokolade. Auf der Lind-Website, haben wir nachgeguckt, gab es 10 solcher Deals für einen Tag. Die sind schon lange ausverkauft. Es gab auch letzte Woche Sprit für 20% billiger. Und heute, heute musst du das bezahlen oder du läufst. Ganz einfach. Wir machen trotzdem, über 400 Deals haben wir verkauft. Über 400 Deals. Leute, die schon bezahlt haben, kriegen von uns nochmal ein Kilo obendrauf. Und dann nehmen wir dann vom Allerfeinsten sowas. Oder kreisen hier mal rein. Guck mal hier. Oder nehmen hier. Oder machen hier. Oder nehmen von da. Guck mal. Richtig schöne Sachen. Guck mal, einfach ein Kilo. Egal was. Zeig ruhig mal rum. Beutelchen. Schokoladenhäschen. Kleine, große Geschenkverpackungen. Egal was. Wir packen nochmal ein Kilo obendrauf. Das heißt, ihr kriegt nicht zweieinhalb Kilo. Alle die, die schon bezahlt haben. Wir haben einen Vertrag. Ich muss gar nichts. Ich mach's trotzdem. Die kriegen nicht zweieinhalb Kilo. Die kriegen dreieinhalb Kilo für den gleichen Preis. Und noch ein obendrauf. Solange wir Ware haben, wenn ich besorge, ich noch Ware für die ganzen Flachpfeifen, die ganzen Hater, die ganzen Jammerer. Wir machen noch 200 Deals für den gleichen Preis. Die sind ausverkauft. Ich werde sie wieder aktivieren gleich. Und dann können ihr nochmal bestellen. dreieinhalb Kilo für 30 Euro. Okay? Oben, hinten, vorne klicken und die ganzen Spastika. Jetzt bestellt mal, ihr Flachpfeifen. Also, alle anderen viel Spaß. Und ich werd nicht der Alex, wenn's nicht so laufen würde. Kienhaken. Tschö.